Wir haben am Nachmittag keinen Unterricht, und ich kann dich besuchen. Meine Freundin spricht gut Deutsch, aber sie will nicht mir helfen. Er kann nicht warten, denn er muss um 15 Uhr zu Hause sein. Ihr dürft nicht auf Urlaub gehen, denn ihr sollt die Arbeit beenden. Um 15 Uhr sind wir frei. Wir können ins Kino gehen. Der Student warnte sich an den Professoren, darf ich sie fragen? Wir können ins Kino gehen. Heute findet eine Beratung statt. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Wir können ins Kino gehen. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken.